Jetzt aber der Pass auf Frey und er trifft schon wieder. Alex Frey. Schöne Vorlage auf Frey. Und Tor. Schöne Vorlage auf Frey. Alex Frey. 1 zu 0. Neunte Spielminute. Alex Frey in seinem ersten Länderspiel. Das ist ein bisschen verschwunden von der Oberfläche. Jetzt aber der Pass auf Frey und er trifft schon wieder. Alex Frey. 2 zu 0. Frey. Doppeltorschützen. 32. 30. 2 zu 0. 1 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. Noch einmal der Superpass auf Schapuiza und dann blinde Verständigung. Schapuiza, Jakin und Frey haut das Adrenalin seines Chefs in luftige Höhen. Unmarkiert und Schapuiza und Frey! Jawoll! 2 zu 0! Hey! Super! Yes! Darf Schauper, Alex Frey! Quali 2 Nummer 5! Jawoll! Acht Jahre sind genug, aber Vorsicht! Noch ist der Käse nicht gegessen, aber die Schweiz ist auf gutem Weg, auf sehr gutem Weg. Schapuiza, sensationell wie er hochsteht. Die Vorarbeit von Vicky. Hier, gut das Timing. Und Given konnte nur abklatschen lassen. Und das ist eben ein Goalgetter. Alex Frey zur Schnelle. 2 zu 0! Und hoffentlich versenkt er den Finale. Jetzt werden die Weichen gestellt in diesen Sekunden. Hoffentlich in die richtige Richtung. Frei gegen Volkan. Tor! 1 zu 0 für die Schweizer in der zweiten Minute. Und die Türken brauchen jetzt schon vier Tore, um die Schweizer noch weg zu befördern. Und da war es lange, da weist er vorrangig zu. Aufseits! Aufseits! Aber der Schiedsrichter geht nicht auf den winkenden Schiedsrichterassistenten ein und gibt das Tor! Ja, ich glaube tatsächlich, der Ball kam vom Gegner und damit war es kein Offset. Das müssen wir noch einmal sehen. Frei Feiers und das Tor zählt. Und die Koreaner sind verzweifelt. 16. Minute und Ludwig Magna mit einem Energieanflug und der guten Flanke auf Barmetta. Frei Tor! Alex Frey war voll richtig gestanden und brachte die Schweiz in Führung. Rot-Weiß in den Nürngrunnen. Dank dem tollen Tivane in der Tür, Magna, Etta und Frau. 1.. 2.. 2.. 3... 3... 3.. PKW- 4.. 4.. 3... 6.. 3… String, was für eine Kombination. 40. Minute. Der Preis Nummer 33.